Zwei Hände, beste Freunde. Doch dann wurde eine Hand von dem miesen Magier oder König Bowser oder Browser wahrscheinlich entführt. Deswegen nahm eine Hand das Schwert in die Hand und sagte App Game mit Roman. Guten Tag, mein Name ist Roman und das hier ist ein neues App Game, was wir heute ausprobieren werden. Wir haben eine Hand, die fliegt ohne Gliedmaßen dran und wir haben ein kleines Schwert. Mit diesem Schwert können wir tatsächlich diese Blöcke zerschneiden und desto mehr wir an diesen Dingern... Oh, was? Oh, das ist voll schwer. Desto mehr wir von diesen Blöcken zerschneiden, desto größer wird unser Schwert. Das heißt also, wir müssen hier eine perfekte Runde machen. Hier mal vier nehmen, mal eins und nochmal mal drei und besiegen den Affen, besiegen den Dinosaurier, besiegen den Dino. Wow, okay. Dieses Spiel ist nochmal anders als die anderen Spiele, weil wir tatsächlich hier nochmal wirklich brachial große Vorderkünste brauchen. Das heißt also, wir werden hier richtig gefordert in dieser Runde. Also, es gibt hier auch Münzen zu sammeln, ich weiß nicht ganz genau... Oh, einfach perfekt gerade mitgenommen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass unser Schwert immer lang bleibt, dementsprechend... Oh, na, da habe ich jetzt leider einen verpasst, aber dafür bin ich jetzt wieder... Zack, mal vier, mal vier, mal eins. Okay, aber wir haben hier 686 und schon geht es weiter und tatsächlich haben wir wieder den Dino erwischt. Crazy! Ich frage mich nur, aha, wo können wir unsere Münzen ausgeben? Bei den Swords, da können wir tatsächlich unsere ersten 2500 ausgeben, um ein neues Schwert freizuschalten. Und wir bekommen das Laser Sword. Okay, es gibt auch Secrets und die muss man in den Leveln finden. Ah, okay, nicht schlecht. Das heißt also, wir können jetzt diesmal mit unserem Laserschwert spielen. Das ist natürlich jetzt nicht übel. Ich bin natürlich sehr, sehr konzentriert darauf, hier alles richtig zu machen. Wow, wow. Okay, es gibt also auch dieses grüne Ding. Dieses grüne Ding gibt uns ebenfalls ein bisschen Punkte und sorgt dafür, dass wir nochmal nach vorne geschlagen werden. Leute, was ist das hier für ein krasses App-Game eigentlich? Also, wow, leider einen verpasst, aber... Oh nein, mal eins. Mal drei. Mal vier. Okay, es ist eine ganz okay Runde. Und tatsächlich schaffen wir es sogar diesmal, den Milan und Dinosaurier ebenfalls zu erwischen und tatsächlich durchkappen. Und wir können jetzt auch unsere Hands hier upgraden. Wir können also hier spinnen und unsere Hände freischalten. Okay, oder wir können hier auf 200 Dollar investieren und damit, was? Ein viel längeres Schwert direkt bekommen. Okay, das waren sehr gute 200 Dollar, die wir da gerade rein investiert haben. Und jetzt sind hier sogar die Gegner nochmal ein bisschen anders. Die haben wie so Stacheln an den Ohren, ne? Vielleicht bedeutet das, dass man da nicht seitlich drankommen darf. Das ist mir jetzt auch nochmal neu. In diesem Spiel kommen sehr viele neue Sachen ins... Oh nein, jetzt habe ich das erste Mal so ein Ding getroffen, ne? Jetzt wissen wir aber immerhin, was da für ein Geräusch kommt, wenn man das tatsächlich nicht trifft. Jawohl. Hier nochmal die Dinger mitnehmen. Oh, leider eine Münze verpasst. Und dann... Oh, was? Das hättet ihr nicht sehen dürfen. Das war ja gerade richtig krass. Leute, dieses Spiel ist so intens. Ich kann nicht... Jawohl, 1146. Dieses Spiel ist so intens. Ich kann nicht mal vom Bildschirm weggucken. Ich schwör's euch. Das ist ja viel zu krass. 420 Münzen haben wir tatsächlich. Und die können wir jetzt also weiter investieren. Oh, aber da ist ein Secret. Wir haben einfach... Oh, wir haben einfach das Geheimschwert gerade freigeschaltet. Juhu! Okay. Leute, wir haben einfach gerade ein Partyschwert freigeschaltet. Was geht denn hier ab, Mann? Okay. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir hier tatsächlich jetzt gerade mehr Geld bekommen als sonst. Es ist schwierig immer abzuschätzen, ne? Wie man genau das Messer halten möchte. Weil manchmal ist es wirklich schwer. Oh, Leute. Das Messer ist inzwischen schon so lang. Leute, das wird ein neuer Rekord. Nein! Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gelabert. Da habe ich gelabert. So. Jetzt mal 4, Leute. Mal 4, 1. Mal 1, 9. Mal 4, 2. Okay. 1038. Kein neuer Rekord. Wir hätten 3 mal mal 4 schaffen müssen, Leute. Das habe ich wirklich noch nie geschafft. Aber ein zweites Mal sind wir jetzt bei 1000 vorbeigekommen. Und das ist eins der Secret Swords. Sehr cool, dass man das mal sehen konnte. Aber ich fand es jetzt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Jetzt gibt es hier Lilane. Oh. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Was? Niemals. Diese Lilane. Nein! Diese Lilane. Die trifft man einfach nicht. Oh nein. Oh nein. Leute. Was macht das denn? Diese Lilane können sich einfach umdrehen. Und dann... Nein! Jetzt schon wieder. Leute. Jetzt auf einmal werden die Abstände auch kleiner. Alles wird kleiner. Mein Schwert ist aber nicht groß genug. Um alle zu treffen. Leute. Was ist das hier für eine Runde? Das ist doch traurig. So. Ey. Das war gerade... Oh. Mal 5. Es gibt mal 5. Mal 4. Mal 4. Okay. 750. Leute. Das war eine Pleite. Ich sag's euch. Das war gerade gar nichts. Das ist ja viel zu schwer gewesen gerade das Level. Aber immerhin haben wir fast 1000 Münzen jetzt schon. Wir gehen mal weiter. Drag for play. Gehen hier geradeaus. Nehmen hier den Boost mit. Und auf jeden Fall bleib ich hier einfach mal genauso, wie wir uns die Dinger das vorgeben. Doppelter Boost. Uh. Uh. Oh. Wow. Okay. Das ist hier eine richtige nice Geldrunde, Leute. Uh. Okay. So. Einfach genauso bleiben, wie die tatsächlich angeordnet sind. Okay. Wir haben fast jeden Dollar mitgenommen. Jetzt mal 5. Dann mal 2. Und jetzt nochmal mal 5. Jawohl. Jetzt gibt's einfach Truhen. Und wir sind bei 810. 350. 400. 500. 750. 925. Leider nicht. Aber hinten. Sehe ich was. Das sieht aus wie ein absoluter Jackpot. Den müssen wir irgendwie erreichen. Leute. Dieses Spiel ist so nice. Wirklich. Das ist richtig nice gemacht. Weil man merkt hier in diesem Spiel. Oh. Was? Jetzt werden die dünner. Jedes Level ist so eine eigene Sache. Guck mal. Jetzt werden die extra dünner. Damit's nochmal ein bisschen schwieriger wird, den richtigen Winkel zu treffen. Leute. Ich sag's euch. Das ist auch so schon schwer genug. Meine Augen tun sogar schon fast richtig weh davon. Das nächste Master Sword. Das ist das nächste Secret Sword. Es ist tatsächlich ein. Oh. Wie heißt das nochmal? Das ist so ein Kerzenhalter. Der so brennt. Das ist schon sehr nice. So. Doch Leute. Mit dem brennenden Schwert wird's was. Oh. Yo. Yo. Okay. 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 Ich bin schon ganz gut durch das Level gekommen. Ich sag's euch. Diese Levels. Die sind schwieriger als ich gedacht hab. So. So. Egal. So. Jetzt mal 5 muss da kommen. Mal 2. Ich bin so dumm. Mal 5. Okay. Okay. No. Zweimal mal 5. 1242. Ich glaub das ist ein neuer Rekord, Leute. Das ist es. Das ist es einfach. Nein. Uns fehlen 8. Uns fehlen 8 für den Godzilla. So. Jetzt mal 5 wieder. Mal 5. 1. Mal 4. Okay. Okay. Mal 5. 2. 1354. Das reicht, um den Godzilla zu erreichen. Nice, Leute. Richtig nice. Alter. Ich bin so stolz auf dich. Oh, jetzt gibt's blaue. Wir sind schon bei Level 11, Leute. Das wird jetzt hart. Okay. Blaue. Blaue sind richtig mies. Aber wir schaffen das. Einfach ein bisschen Geschicklichkeit bewahren. Jawohl. Die drehen sich ja gerade perfekt um. Im perfekten Moment. Der jetzt nicht. Der hier aber schon. Jawohl. Ah, Mist. Ich hab gedacht, der dreht sich vielleicht ein bisschen schneller um. Okay. 1, 2, 3, 4. Turbo Speed. Ultralange Schlange. Okay. Fast alle geholt bis auf ein. Nein. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Es gibt mal 6. Es gibt jetzt einfach mal 6. Okay. Oh Mist, Mann. Ich hätte mehr mal 6 holen müssen, Leute. Oh. Aber ich sag's euch. Ich werde den nächsten Save erreichen. Und das Beste daran ist, wir haben einfach bald 5.000 für das nächste Schwert. Oh Leute. Ich sag's euch. Ich kann nicht mal reden. Mein ganzer Mund ist konzentriert. Ich kann nicht reden. Ich schaff's euch. So. Mal 6. So. Mal 5. Okay. Mal 5, glaube ich. 1.700. Oh wey. Oh. Das ist es. Das ist. Oh. Wir haben sogar fast 2 Stück gleichzeitig bekommen. Oh. Leute. Das ist eine heiße Geschichte hier. So. Einmal den Links hier mitnehmen. Jawohl. Okay. So. Jetzt mal 6. 1. Mal 6. 2. Mal 6. 3. 3 mal 6. 2211. 2211, Leute. Das ist es. Das ist es. Das ist der Pro-Moment. Das ist einfach der Pro-Moment. Oh. 1750. 2000. Oh. Wir haben fast den grünen Drachen erreicht. 5000 Münzen, Leute. Das gibt ein neues Schwert. Unlock. Das Holzschwert? No way. No way. Das ist es. Wir haben einfach so ein Schwert in so einem Stückchen Holz bekommen. Ich fasse es nicht. Dafür habe ich all mein Leben gespielt. Schau euch das an. Wie das da durchgleitet. Ohne Problemchen sogar. Zack. Zack. Guck mal. Bam. Bam. Dieses Holzschwert. Das ist mein Schwert. Ich sage es euch, Leute. Bam. Bam. Oh. Fast. Ich mache hier ein perfect Gameplay. So. Jawohl. Schau mal, wie lang das jetzt schon ist. Das ist ja kaum zu fassen. Hier. Zack. Alles. Oh ne. Oh ne. Aber jetzt gibt es mal sieben. Mal sieben eins. Mal sieben zwei. Mal sieben drei. Aber nur 1570. Ich habe das perfekte Gameplay gespielt, aber nicht genug bekommen. Mein Rekord ist 2211. Okay. In der Runde fühle ich auf jeden Fall, dass da was kommen kann. Wir haben auf jeden Fall ein paar perfekte geschafft. Da kommen jetzt noch ein paar mehr Boxen. So. Wir sind bei 500. Nein. Mal fünf. Mal sieben. Und mal sechs. 2040. Mist. Kein neuer Rekord. Hätte ich dreimal mal sieben gemacht, Leute. Dann wäre es das gewesen. Wir müssen den grünen Drachen erreichen. Ohne den grünen Drachen gehe ich hier nicht heim. Okay. Ganz vorsichtig bleiben, Leute. Wir müssen hier einfach nur diese Dinger nehmen. Jawohl. Jawohl. Da kommen wir jetzt weiter durch. Jetzt den rechten hier nehmen. Nochmal den rechten. Wir haben 400. 400 mal 8. 400 mal 8. 400 mal 8. Und das sind 2332. Und das dürfte eigentlich reichen. Für mit unserem neuen Rekord. Unsere Ziel zu erreichen. Wir sind zwar den grünen Drachen. Oh, ich habe es geschafft. Leute. Das war es für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spiel das Spiel gerne selber. Es ist ultra cool. Und nicht vergessen, im Shop vorbeizuschauen. Es gibt das neue Erizu Donut Design. Haut rein, Leute. Und ciao.